Hallo und herzlich willkommen von der Wanderung am Kuttengrund bei Aue im Erzgebirge. Das ist mittlerweile auch schon der zweite Versuch. Den ersten Versuch haben wir kurz vor Weihnachten gestartet und da kam uns eine Mettenschicht dazwischen, die wir unbedingt anschauen wollten und aber nichts davon wussten, dass es an diesem Wochenende da Mettenschicht ist. Jetzt ist wie gesagt Versuch 2 und da nehme ich euch jetzt mit. Seid gespannt. Ich hatte gerade gesagt, dass es der Bergbaulehrpfad am Kuttengrund ist, aber nein, ich hatte mich vertan und es ist der Bergbaulehrpfad am Kuttenberg. Dieser bietet Besuchern eine Möglichkeit, die Geschichte des Bergbaus im Erzgebirge zu erkunden. Der Pfad führt durch eine reiche Bergbaulandschaft, die von den Jahrhunderten des Bergbaus geprägt ist. Entlang des Lehrpfads finden sich immer wieder verschiedene Stationen und Informationen, die Einblicke in die Arbeitsbedingungen, die Techniken und die Bedeutung des Bergbaus im Erzgebirge geben. Besucher können Relikte wie Stolleneingänge, Abraumhalden oder andere historische Überreste entdecken. Der Lehrpfad veranschaulicht die harte Arbeit der Bergleute, ihre Werkzeuge und die Technologien, die sie nutzen. Wanderer und Wanderinnen haben die Möglichkeit, die Natur zu genießen und gleichzeitig mehr über die Vergangenheit des Bergbaus im Erzgebirge zu erfahren. Insgesamt bietet der Bergbaulehrpfad am Kuttenberg eine spannende Möglichkeit, die Geschichte des Bergbaus im Erzgebirge zu entdecken, während man durch landschaftlich reizvolle Umgebung wandert. Der Eigenlöhnerstollen gehört zu mehr als 54 Stollenanlagen zwischen Hirnschädel und Begräbnisberg. 1538 wird er erstmals erwähnt, ebenso die Flurbezeichnung Kutten. Der Eigenlöhnerstollen ist 53 Meter lang. Als um 1470 der Schneeberger Bergbauerblüte fing man auch hier in der Region an zu schürfen. Nach den damaligen Abbaumethoden verfolgte man die Erzadern über Tage in Form von Mutlöchern und Haspelschichten. Erst danach begann der Abbau unertägig. Beim Fundschacht an der Kuttenzeche drang man etwa 1470 in die Tiefe vor, errichtete in der heutigen Binge ein Kunstgezeug zur Wassererhebung, dessen Zulaufgraben noch heute sichtbar ist. Im Frühjahr 1500 erreichte der Schacht eine Tiefe von etwa 40 Metern. Fortan erfolgte die Entwässerung über den neuen Stollen am Fallbach. 1553 wird die Förderanlage letztmalig erwähnt. Ab 1568 hieß der Schacht silbernes Krollens, kam um 1578 zum Erliegen und verbrach. Wir sind nun am Bernhardstollen. Bis Ende 1855 brachte man den Stollen auf eine Länge von 188 Metern. Nun sind wir auch noch am Schneiderstollen. Die Anlegung dieser Suchstollen erfolgt zu Beginn des 16. Jahrhunderts zur Gangerkundung und Entwässerung der Tiefbaue im oberen Reichenbach-Stollen. Ob diese Gesenke jemals erreicht wurden, ist nicht bekannt. Die Länge beträgt heute noch etwa 15 Meter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017